Hallihallo allerseits und herzlich Willkommen zurück zu Seiya Billions Mauern sind hoch, Türme gebaut, müssen wir mal verbessert, okay, dann kommen die nächsten zwei Türme dran Zack und zack Und dann Warum haben wir die eigentlich gar nicht? Hier haben wir ja noch Häuser vergessen Oh, die müssen jetzt gleich als nächstes mal hochgerüstet werden Was war unser Trupp hier eigentlich? Nummer 1, vor den Rücken Aus dem Norden, okay Also, Trupp 1, kommt mal her, ihr müsst jetzt mal Hause Eben unterstützen Kommt mal her Aus dem Norden kommen sie Auf jeden Fall ... und dann geht's Und dann geht's Wer wollen Sie mich cannon? Noch das Reptalenstücke. Eine Stunde? Wieso sind die so schnell? Los. Rein mit euch. Da jetzt mal... Na ja, die Wegfindung war ja gerade auch ein bisschen so optimal. Rennen normal stumpf gegen den Wagen an. So, hier dahin. Hier da. Ich glaube, die Hälfte von euch geht auf jeden Fall hier oben hin. Warum sind da eigentlich? Na ja, egal. Jetzt mal egal. So, was sagt sein Forscher? Er hat erforscht, gut. Stacheldrahtfalle, Radarstation. Ingenieurszentrum, da können wir auf jeden Fall mal neue Einheiten produzieren, ne? Große Farm, großer Steinbruch. Ist irgendwie alles so ein bisschen wichtig. Machen wir jetzt erst mal das Ingenieurszentrum. Komm. Unten haben wir schon ein bisschen freigeräumt. So, hier Häuser. Da war was. Ihr werdet jetzt auch erstmal hier aufgerüstet. Wir brauchen Mannekes. So, eigentlich haben wir da genug. Aber ich mach mal hier. Trupp Nummer... Zwo sei hier. Ihr kommt mal da hin. Trupp Nummer drei. Ihr kommt mal... Erstmal da hin. Da hin. Ihr werdet wahrscheinlich... Ne, kommt mal da hin. Die sind schon fertig. Okay, dann können wir hier noch eben noch ein paar zum Aufrüsten geben. Nahrung wird schon wieder knapp. Ach, ne, wir konnten große Mühle, ne? Die konnten wir aufrüsten, richtig? Ja, aber Nahrung. Nahrung, Nahrung. Was machen wir da? Dann können wir auch ein paar Jagdhütten irgendwo hinbauen. Hier können wir auf jeden Fall eine hinbringen. So, fünf. Das ist zwar alles nicht die Welt. Da können wir eine hinpacken mit zwölf. Drei... Okay, drei ist ein bisschen extremen Weg, oder? Ich finde, drei sollten wir jetzt nicht irgendwie so dafür die... Ressourcen extra verschwenden. Sechs ist doch noch in Ordnung. Da haben wir nochmal sechs. Dann kommt da nochmal einer mit fünften. Hier hätten wir nochmal einen. Wo war da hin? Na, sieben, acht. Achte sind mal gut. So. Wo kommen sie? Ich glaube, sie laufen dieses Mal ein bisschen weiter unten, oder? Dann kommt dreimal vor, jetzt aber hier ein bisschen weiter unten, oder? Na, ich glaube, sie kommen doch wieder. Halt! Drei. Wieder auf deine Position. Kommt! Jungs! Kämpft! 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 Und feuert! Oh Mann ey, das werden ja wirklich immer mehr. Boah ey, feuer! Nummer zwei, hier mit her. Das helft. Och du Heiland! Feuer! 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 Kann ich hier irgendwie so? Kommt mal einen Schritt zurück, nicht dass sie gleich auf euch schießen. Halt! Ihr bleibt da. Ich brauche Exploders, Karl. Bist du mit ihm in meiner Meinung? Ich brauche so viele Beispiele. Ich brauche so viele Beispiele. Du bist wirklich ein Schmerz, nicht wahr? Wer bist du da? Kämpft! Lass sie von mir aus erst auf dem blöden Turm da kloppen. Aber kämpft! Feuert! Feuert! Boah ey! Ich sag ja, das wird immer knapper. Dann müssen wir irgendwas machen. Das ist ja unnormal. Das war jetzt ja wirklich schon sowas von eng. Das war wirklich eng, Jungs. Das war ganz, 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 ganz schön eng. Nummer 2 hier, Nummer 3 da hin. Okay, hier ein Stück vorrücken. So, hier bauen. Turm. Hier muss noch wieder ein Turm hin. Und hier können wir auch noch mal einen Turm hin. Da müssen wir definitiv was machen, Jungs. So geht es nicht weiter. Da müssen wir aufrüsten. Oh, den nicht. Okay. So, was meinen hier unsere Häuser? So, da, die wollten wir noch aufrüsten. Ach, können wir nicht, wir haben ja zu wenig Steine. So, weiter vorrücken, eins. Mal kurz warten, so. Zwei. Dahin vorrücken, drei. Dahin vorrücken, ihr wärt jetzt nicht gleich das neue Nummer zwei. So, zwei. Verrücken, drei. Verrücken. So, und ihr alle seid jetzt Nummer zwei. Okay, so, du. Okay, hier haben wir die Türme hoch. Und hier haben wir die Türme auch. Da müssen die Türme noch aufgebessert werden. Das ist es erst mal. Da ist ja auch noch ein älterer Turm, der muss gleich auch noch hoch. Ihr Bein könnt schon mal hierher kommen. Ne, geh gleich in den Turm rein. Was macht Top 1? Oh, passt auf an den Enten. Oh Gott. Er räumt da, ich stehe da erstmal ganz gut. Top Nummer zwei. Den Daumen an, hier ein bisschen aufzuräumen, los. So, rein da mit dir. Rein da mit dir. Rein da mit dir. Los, rund auf, Jungs. So, drei und Nummer vier da rein. Den im Aufrüsten. Ah, die hier unten fehlen ja auch noch. Da unten habe ich auch gesehen, da habe ich noch nicht mal ein Turm oder so. So, so, hier da rein. Du gehst auch da mit rein. So, irgendwo ist Bogengeschütze fertig geworden. Da. Okay, du kannst auch direkt da rein. So, ist da noch irgendwas? Was? Gut. Können wir hier jetzt noch was aufrüsten? Ah, schon ein Stacheldraht würde ich sagen jetzt mal. Da haben wir eine große Mühle schon. Ne, wollten wir machen. Machen wir jetzt auch noch. Okay, hier. Die Häuser noch hoch. So. Das sind die, das sind die, das sind die. Die haben wir alle. Ich glaube im Einflussbereich, da haben wir uns soweit alle. Dann würde ich hier einfach sagen, fangen wir einfach mit den nächsten an. Und rüsten die dann nach und nach hoch. Okay, wir machen zwei. Da seid ihr. Hier, ihr könnt erstmal da an vorrücken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da haben wir die, da haben wir die, da sind die. Okay, hier unten die Türme müssen wir noch auf jeden Fall aufwerten. Dann gleich die nächsten Steine fangen. So, kommt. Okay, zack, den hoch. So, dann fehlt uns der Turm gleich noch. So, Turm 1. Erstmal geht ihr so, mal da oben gucken. Okay, da können wir da durch. Nummer 2. Geht ihr mal da gucken. Stacheldrahtfalle ist fertig. Sehr schön. Sehr schön. Ach, dafür muss ich wahrscheinlich hier noch. Uh, dafür bin ich ein Militär. Da, Ingenieurzentrum. Öl, 20. Öl. Kann ich hierhin schon. Hab ich die. Na, Speyer. Ölplattform. Dann müssen wir die jetzt zuerst erforschen. Hier haben wir nicht einmal Öl. Dann sollten wir das nicht auch als nächstes in Angriff nehmen. Dass wir da vielleicht nicht einige Einheiten produzieren können. Das ist wieder so ein blöder. So, Turm 2. Verrücken. Hier können die auch mal ein bisschen leveln. Die sind alle mit 4 Mann. So, hier. Dich jetzt erstmal haben wir nicht unseren letzten Turm auch hoch. Auf Level. Äh, beziehungsweise auf Steinturm. Hier die Häuser weiter hoch. Dich hoch, zack. Los, langsam vorrücken. Sehr schön. Jungs, ihr macht euch auch so langsam. Wir, drei. Da schon mal hin. Noch mal ein paar davon. Davon noch mal 5. Ah, jetzt geht schon wieder die Nahrung aus. Kriegen wir unten noch eine Farm hin. 29. Ja, ich mein... Besser, ehrlich gesagt, als gar nix, ne? 20. Packen wir auch da noch eine hin. Scheiß drauf. Wir brauchen echt die Nahrung. Große Basi-Liste. Wie kriegen wir die da hin? Jo. Dann kommt da auch eine hin. Schon mal. Zusätzlich noch. So, Trop 1. Ein Stück hochrücken. Nochmal. Trop 2. Hier ein Stück hochrücken. Oh, was liegt denn da Feines? Da müssen wir gleich mal gucken, was da Feines liegt. Da müssen wir eben gucken. Da haben wir was da. Feines, gut. Schöp vorrücken weiter, Jungs. Ist er auf Nahrung? Ich glaube, da ist ein Nahrungszeichen, ne? Ich glaube, das ist ein Nahrungszeichen. So, was machen unsere Häuser? Die haben wir, glaube ich, hier soweit alle aufgewertet. Da, uns fehlt Nahrung. Kaum spreche ich es an, schon fehlt uns wieder Nahrung. Okay, damit hin. Haben wir hier noch schon wieder Soldaten ausgebildet? Ne, die sind noch im Gange. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Wir schauen weiter. Dann werden wir jetzt unser Ingenieurszentrum als nächstes bauen. Das, finde ich, wird nämlich langsam Pflicht. Wir müssen hier unsere Ölraffnerie aufbauen, damit wir endlich noch ein bisschen weiter vorankommen und wollen wir mal ein bisschen bessere Einheiten bekommen. Denn, ich sag mal so, die große Welle lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.